despotar ist ein pokémon mit den typen gestein und unlicht existiert seit der zweiten spielgeneration und es entwickelt sich aus popita welche sich wiederum aus lavita entwickelt seit der sechsten spielgeneration ist zudem in der lage eine mega entwicklung zu mega despotar zu vollführen despotar ist ein großes zweibeinigen pokémon das dunkelgrün schwarz und blau auftritt der großteil seines körpers ist dabei dunkelgrün gefärbt das gilt nicht nur für die vier schwarzen und abgerundeten eindrücke auf der brust ebenso finden sich solche elemente an den oberschenkeln und zentral auf dem rücken auf dem bauch ist ein rautenförmiges blaues muster zu sehen das durch drei dünne schwarze streifen geviertelt wird auf dem rücken ist ebenso ein muster zu erkennen allerdings etwas kleiner despotar besitzt einen äußerst kräftigen körperbau und eine dicke panzerung der kopf wird von drei breiten stacheln gekrönt und auch der rücken weist mehrere stacheln verschiedener größe auf das große maul dominiert das gesicht und vier zähne sind darin sichtbar die eckigen augen setzen sich aus weißer lederhaut und schwarzen länglichen pupillen zusammen und die an den seiten gelegenen armen sind eher kurz aber kräftig gebaut sie sind an ihren enden mit drei kurzen krallen versehen das pokémon steht auf kurzen kräftigen gepanzerten beinen und die füße sind mit drei langen spitzen zehen bewaffnet schließlich ist es dann noch im besitz eines langen und dicken schwanzes und dieser ist im letzten teil mit mehreren breiten starren ausgestattet mit hilfe eines des botaniten ist das pokémon in der lage eine mega entwicklung zu vollführen dabei verändert sich sein aussehen in einigen punkten mega das botar ist nun größer und auch schwerer farblich sind nun lediglich die pupillen und die sonst blauen bereiche rot fern ist auf der brust ein muster zu sehen das an ein gesicht erinnert auf dem rücken befinden sich nun sechs schwarze flecken die um den roten bereich angeordnet sind seine erscheinung gleicht nun stärker seiner vorn wirkung lavita auf dem haupt wächst eine langes horn senkrecht in die höhe auf dem rücken wachsen zu den seiten weisen sechs sehr lange unförmige stacheln drei zu jeder seite die beine machen den eindruck als wären sie doppelt gepanzert und in höhe der knie findet man hier einen spitzenbreiten stachel der schwanz ist etwas länger und die normalerweise gleich lang stacheln am ende sind unförmig und sehr lang und in der scheinig form ist die normale version von des botar statt dunkelgerün hellblau gefärbt nur das blaue muster ist nun violett für mega des botar gilt dies bei der farbgebung ebenfalls der spotar besitzt recht hohe und ausgeglichene status werte und ist dadurch stark genug um es mit pokémon wie beispielsweise dragoran spielend leicht aufzunehmen da es lediglich nur eine schwäche in der initiative aufweist es schlechten allerdings vor allem seine physischen angriffs und seine ausgeglichenen verteidigungsfähigkeit mir vor welche eine überdurchschnittliche höhe aufweisen und von dem sprechen starken angriffen wie erdbeben steinkante oder knirscher zusätzlich ausgeprägt werden allerdings auch sein spezialangriff für ein physisch ausgerichtetes pokémon überdurchschnittlich und während seine normalen speziellen attacken wie beispielsweise finster aura oder hyperstrahl praktisch keinen offensiven vorteil gegenüber seinen stärkeren physischen attacken bringen kann das botar sonstiger movepool durchaus einen nutzen aus seinen speziellen angriffsfähigkeiten ziehen wie für ein pseudolegenderes pokémon üblich hat das botar eine beeindruckende auswahl an tm vm und tuto attacken darunter unter anderem die elementarschläge und ihre stärkeren speziellen gegenstücke sowie eine vielzahl von kampf und stahl attacken auch besitzt das botar eine überraschend gute auswahl an status attacken von unterstützenden attacken wie tarnsteine donnerwelle oder brüller bis hin zu verstärkenden attacken wie drachentanz fluch oder steinpolitur das botars spezielle fähigkeit ist sandsturm welche ganz automatisch einen schrecklichen sandsturm im kampf erzeugt gegen welchen es aufgrund seiner eigenschaften natürlich immun ist wodurch seine gegner kontinuierlich zusätzlichen schaden einstecken müssen aufgrund dessen wäre es klug es in einem team einzusetzen welches pokémon mit der fähigkeit sand scharer beinhaltet da diese von der herbeigefügten wetteränderung profitieren können der sandsturm bringt jedoch für das botar selbst schon eine ziemlich drastische steigerung der spezialverteidigung um ganze 50 prozent wodurch es auf dieser seite nur sehr schwer besiegt werden kann das botar spezialverteidigung ist im sandsturm sogar so hoch dass es auch eigentlich für gesteins pokémon fatale attacken wie eine hydropumpe überleben kann nur seine vielzahl an schwächen darunter eine doppel schwäche verhindern dass das botar im sandsturm eines der robustesten pokémon überhaupt wird während sandsturm gegen die meisten pokémon hauptsächlich eine nützliche wenn auch etwas schwache schadensquelle ist und das botars defensive fähigkeiten steigert so können insbesondere wetterabhängige pokémon von sandsturm mit unter massiv gestört werden da das botar das kampffeld nur betreten muss um den sandsturm auszulösen kann das wassertempo und chlorophyll nutzern sofort ihre initiative entziehen indem es das wetter überschreibt auch pokémon die sonnenlicht in kombination mit solarstrahl nutzen um mit das botar fertig zu werden haben ziemlich schnell ein großes problem wenn das sandsturm der attacke wieder ihren unliebsamen aufladezug gibt die stärke der attacke auch noch halbiert und schließlich noch das botars spezial verteidigung so hoch steigert dass es den geschwächten solarstrahl ohne irgendwelche probleme einstecken kann auch sind viele defensive pflanzen pokémon auch in wetterlosen teams von synthese als heilungsquelle abhängig das botar kann hierdurch kontinuierliches aufrechterhalten des sandsturms dafür sorgen dass synthese nur noch einen bruchteil der eigenen kraftpunkte wiederherstellt und somit nicht mal aktiv am teil am kampf teilnehmen und defensive pflanzen pokémon massiv zu stören allgemein erlaubt sandsturm auch dass sich despoter aus unfall aus unvorteilhaften situationen zurückziehen kann und dennoch schäden verbreitet und den kampf beeinflusst so jedoch muss das eigene team auf den sandsturm angepasst werden da potenziell auch den eigenen pokémon schaden kann gerade die fähigkeit synthese zu schwächen macht viele pflanzen pokémon nicht zu guten partnern das ist insbesondere unpraktisch da pokémon und die pflanze gleich gegen drei sehr häufige schwächen von despoter resistent sind und despoter auch mit ihren störenden puderattacken und egelsamen sehr gut unterstützen können wer despoter also mit defensiven pflanzen pokémon im team spielen will der sollte auf pflanzen mit anderen heilungsmethoden wie etwa belebekraft oder genesung setzen despoter lebt in gebirgen höhlen und wüsten gebieten wo es mit seinen enormen kräften auch gerne mal heftige erdbeben und steinschläge auslöst oftmals verwüstet er ganze landstriche und zerbröselt berghänge um sich abzureagieren oder ein nistplatz für seine jungen zu bauen es ist bekannt und vor allem auch gefürchtet da dieses pokémon als aggressiv brutal und rücksichtslos gilt in kämpfen setzt es auf hohe gewalt seine fähigkeit sandstürme auszulösen und seine steinharte panzerung die fast jeden angriff spurlos an ihm abprallen lässt weswegen es wenn es nicht gerade einen tobsucht anfall hat oder seine jungen beschützt seine zeit damit verbringt immer stärkere gegner zu suchen das stets bestrebt ist stärker zu werden und seinen drang nach zerstörung zu befriedigen alles in allem kann man also sagen dass dieses pokémon seinen lebensraum nahezu tyrannisch beherrscht während es mit seiner bloßen anwesenheit einer naturgewalt gleicht da es sogar flüsse mit der zeit trocken liegt während es bei seiner wanderung eine menge verwüstung anrichten kann und so alles um sich herum in wüste und einöde verwandelt verführt ist eine mega entwicklung wird es durch seinen aufgeplatzten rücken nun noch blindwütiger und damit absolut unkontrollierbar und unberechenbar hierdurch ist es dann sogar noch gefährlicher und stellt sogar für seinen eigenen trainer eine potenzielle bedrohung dar desputa ist dabei die finale form einer dreistufigen entwicklungsreihe samt mega entwicklung es entwickelt sich aus lavita welche sich wiederum zu pupita entwickelt und desputa ist hingegen in der lage zu einer mega entwicklung während der entwicklung fängt lavita an sich zu verpuppen es wird grau und nur noch die augen scheinen aus dem körper es bekommt eine gehörne ans gesicht und verliert sämtliche gliedmaßen es bleiben lediglich einige stummel zurück und nachdem die verpuppung vollendet ist bekommt es wieder sein ursprünglichen körperbau sowie seine ursprüngliche farbgebung es ist um einiges größer geworden und bekommt nun den unlicht typen hinzu es bekommt einen längeren ausgeprägteren schweif und eine blaue färbung auf dem bauch seine arme und beine passen sich den restlichen körper an und sind somit auch ausgeprägter während der mega entwicklung bekommt es einige weitere zacken und hören dann zu und weist eine rote farbe auf den bauch auf zusätzlich bekommt es einige ausgebildete gliedmaßen in der spiel der haupterei wird dann die entwicklung von lavita zu pupita auf level 30 ausgelöst jene zu despota auf level 55 und die mega entwicklung durch das tragen des despota needs hinter einer typen kombination ist despota immun gegen psycho attacken nimmt halben schaden gegen normal feuer gift flug geist und unlicht attacken doppelten schaden gegen pflanzen wasser boden käfer stahl und vier attacken vierfachen schaden gegen kampfattacken und der rest macht normal schaden schaden schaden